Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Ja, letztes Mal sind wir einem Sektopod begegnet, und davor die Mutun Elite. Heißt also, wir haben komplett neue Gegner, jetzt schon. Sagen wir, so schlimmer als Sektopod kann es kaum noch werden. Gut, wir haben noch die... Die... Die ganzen Chefs von dieser Region hier. Die will ich noch nicht verraten, wie ich heiße. Aber... Ich bin da trotzdem optimistisch, dass ich denke, dass das klappen wird. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir dann hier laufen. Äh, das ist suboptimal. Ich geh auch mal bis hier hin. Ja, eigentlich schon die Gegend hier erkundschaftet, deswegen würde ich behaupten, wir haben dann nicht so das große Problem, wenn wir bis hier hin laufen. Denk nicht, dass in der Zwischenzeit hier noch Großgegner gekommen sind. So, du kannst mal wieder zurück wechseln auf deine Waffe. Das ist ein Plasma-Gewehr. Und vielleicht hören wir ja auch gleich, wo wir Gegender vermuten. So, sieht's hier, Tor... Feldposten. Wirklich, das wäre nicht komplett nachgeladen, reicht aber erstmal aus vom Kampf. Okay, von dort haben wir dich wehbar. In diesem Bereich sind's ungefähr. Die Frage ist, wo wir sie aktivieren werden. Ich will mal kurz Positionswechsel machen. Okay. Wird noch nie mit aktiviert. Hm. Okay. Frank nochmal. Immer noch nicht. Wir haben eigentlich hier gehört, dass hier schwere Schweber sind, aber ich hab's ja immer noch nicht gesehen. Ich würde auch langsam mal runtergehen wollen mit Kaliber. Aber ich kann die ganzen Fluse schön sehen mit Feld, ähm, mit Teamview kann da natürlich, ähm, ordentlich was reißen. Okay. Okay. Was heißt noch, weiter hinten wird gesagt? Ähm. Sieht die Tor. Wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Feldposten. Frank. So. Kegel, hier hin. Okay, du rennst. Genau, du solltest bis hier hin rennen. Es ist jetzt zum Glück ein paar, ich glaub, wie viel, zwei mehr Movespunkte durch die Rüstung. So, Zero. Und Plasmapistola, Obtunitist. Eigentlich müsste ich die schon ganz gut sehen, wenn ich dann hier hin geh. Die sind immer noch nicht da. Dammit, ich hab gehofft, dass ich die hier erwische. Ich will trotzdem mit Kaliber, mit Zero nur maximal, ne, Waffe wechseln, in den Feldposten gehen. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß ja, was hier oben ist. Also, befinden sie sich vielleicht hier, oder was? Aber hey, das ist überdreist. Können wir uns das Scharfschützenwasser erledigen? So, ich würd mal fast sagen, wir gehen nochmal hier hin. Gehst du noch ein klein bisschen vor? Jetzt müssen wir unsere Scharfschüsse langsam vor. Ja, hätten wir eigentlich bessere Positionen, aber ne, ich, ne, obwohl ist ganz gut. Aber Frank wird nie und nie mal so weit kommen bis dahin. Also, Rex hat schon, der wird bis hierhin kommen können. Das ist nicht diese sichere Position. Und Frank, der, wie weit kommt er? Ach, doch, so weit. Das ist gut. So, ich frag mich, ob die sich hier befinden. Sie könnten natürlich auch draußen sein, davon abgesehen, aber... ob die sich da befinden und dann uns einen reinwischen wollen. Flug mal los. So. Noch eins runter. Ne, eins hoch. Okay, Flugmodus aktivieren. Und... Jetzt mal hier tiefschalten. 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 Da draußen ist irgendwas. Oh, du Flugmodus, die wenigsten sehen zu können. So, okay. Wir machen es anders. Rennen mal rüber. Feind in Sicht Was ist denn geliefert? Feldposten Feldposten Ich hoffe, die können das noch sehen Feldposten Feldposten Plasma-Pistole nicht Feldposten 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 Hitschützen Und alle sind neben! Oh, diese variierende Schaden. Okay, der kann bestimmt noch schießen, oder? Treffer. Verdammt. Aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht die Tor, kann sogar alle sehen. Ist ja immer interessant. So. Wie sieht's aus mit deren PSY-Fähigkeiten? 87%. Zu wenig Schaden mit PSY. PSY. FRANK. 59%. 59%. Den würde ich am liebsten abknallen. Ja. Weint ausgeschaltet. 50%. 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 50% immer wieder nur bis hierhin gehen, bin ich auf Gun & Run wieder aktiv falls dann doch irgendwo ein Gegner kommt ok trotzdem aktiviere es mal Feldposten auf Kegel ist gar nicht so schlecht vom Willen, muss ich mal recht nur sagen da bin ich echt überrascht äh Kegel bis hierhin laufen das ist aber natürlich leider, was mich ein bisschen stört ich will meinen Satz zu Ende machen Kaisper schmeißt den Mülleimer nicht um so was mich ein bisschen stört ähm, was wollte ich sagen mir fällt das gerade nicht ein ähm, wir haben keine Rakete mehr können keinen Flächenschaden mehr machen und Deckung zerstören das wäre ja mal ganz gut gewesen Dekogon einfach zu zerstören so und ich würde am liebsten irgendwie hierhin gehen aber ich freu mich warum die Steuerung wieder hier und nicht da danke hat ja gar nicht lange gedauert so so Frank wir hierhin ist klar, dass die Sektuiden da drin sind ich stehe habt ihr was gehört? ach nee, nee sorry nee, nicht aber leider nicht zu Ghost habe ich leider nicht aktiv aber laut mein Prognosen müsste noch irgendwo ein anderes Team sein entgegen dann hm da gehste hin zwar runter genau Lackete am Boden so den Flugmodus mal beenden und Leute, ich guck mal wie lange wir schnell aufnehmen bis gleich hey guck das sind wir wieder ja, es sind fast 15 Minuten aber ich würde sagen ich mache hier keinen Cliffhanger sondern ich werde einfach mal mit denen nochmal im Feldposten gehen so dass ich hier ideal ja, du kannst nachladen wieder am Start ideale Deckungen habe und äh auch die beiden ja ok, das klingt immer noch das Sektuiden hast du euch noch irgendwas? nein ok, du hast das Plasmagewehr Plasmagewehr ich werde aufgrund doppelter Portion jetzt noch nicht auf äh, Feldposten gehen so du müsstest es glaube ich besser sehen Ziel in Sicht genau weckt die Flanken sie umgehen mich gut gut 55% das ist verdammt wenig aber das ist auch klar doppelte Portion ich hätte nicht gedacht dass wir das schaffen ok ich habe Gun & Run leider nicht bereit aber das ist auch für mich kein Problem so hier rein rennen und tschüss genau und tschüss Commander die Operation war ein Erfolg 23? wurde nicht gesagt 26? vielleicht in 3 geflüchtet ähm kratzen nicht so aufgeregt sein gut Leute ich glaube mal wir verlegen wir zum Excom Hauptquartier und gucken kurz mal an was da los ist ja die ganzen bösen Länder die sich den A jetzt angeschlossen haben kleine Katze komplett aufgeregt so keinerlei Verluste im ganzen Trupp keine schlechte Leistung rexer hat es doch geschafft ah Galatenkontrolle yeah brauchen wir gar nicht lange überlegen Tiliknesefeld das war auch nicht schlecht derzeit erzeugt ein unbewegliches Tiliknesefeld das auch während des gegendischen Zuges einhält es wird verzehrt es gibt so allen Feinden und Verbündeten darin 40% Verteidigung von Runden abgeliefert ist es für Support ganz gut so Frank hat wieder ganz gut mitgemacht ähm so Heaten-Munition wie weit jetzt eigentlich Kiel hat 3 gekillt na ist doch nicht schlecht Silvio 64 hat er jetzt schon mehr als Kaliber ne der hat 71 doch schon bisschen mehr Einsätze rexer hat 40 Frank hat 6 Kills wie gesagt gemacht ich hab gehofft Kegel würde noch ein bisschen seine Pseifigkeiten verbessern weil wir das ja auch gegeben haben so Elite-Muton Autopsie Sektuiden-Protopsie wir haben was haben wir alles bekommen Sektuiden-Leichen Anführer wieder 2 Schweber 3 Motoren 5 Elite-Mutoren 3 Berserker 1 Cyberless-Frag 1 3 Chrysalin-Leichen 1 Sektu-Pod-Frag 4 Drohnen-Frags 126 Illerium 247 Alien-Legierung Wow 66 Waffenfragmente 7 Alien-Stase-Tanks 4 UFO-Flugcomputer 2 Alien-Chirurgie 4 Energiequellen 1 Alien-Stase-Tank beschädigt 2 4 1 2 2 2 2 2 4 2 3 5 5 5 5 5 6 5 haupt oder gut könnte man promotoren verkaufen wie die mutoren sind acht kosten die sektor prox frakt zehn so johann abschließen wir haben nicht die ressourcen um uns blind in eine verfolgungsjagd zu stürzen wir haben ganz menge ressourcen als wäre der normale muton nicht schon problematisch genug hielten die aliens offenbar verschiedener dieser eliten für spätere phasen ihrer invasion zurück da müssen wir auf jeden fall noch welche holen so wir bekommen wieder plasmachen forschens credits ja als der normale muton unsere soldaten nicht noch nicht genug probleme bereitet die aliens haben offenbar noch die elite version dieser spezies in der hinterhand gehalten für die späteren phasen der invasion hatten auch so gehören auch so gehört auch wenn sie die zweifelhafte ehre haben als wächter in der hierarchie der aliens zu dienen zeigt unsere auto sie psychologisch wenig neues auf im vergleich zum gewöhnlichen mutung neben verschiedenen verbesserungen ihrer rüstung ist die leicht erhöhte intelligenz der wichtigste unterschied der sie noch effizienteren kämpfer macht wenn sie weitere details der kämpfe ich würde reden so sektor port dieses schwer gepanzerte exemplar ist voll mechanisiert wir sind aber nicht sicher ob es nicht über organische innere komponenten verfügt so auch wenn man diesen roboter wieder lebendig noch vernunftbegabt nennen kann ist der sicherer in seiner umgebung doch erstaunlich bewusst wir arbeiten immer noch an den funktionellen einzelneinheiten dieser spezies aber ich jetzt schon jetzt können wir sagen dass es ein meisterwerk der technologie darstellt bei unseren ersten versuch versuchen entdeckten wir ein extrem komplexes programm das in die makroprozessoren eingebettet ist diese kampfsteuerung macht den sektor port in verbindung mit ihrer beeindruckenden größe zu einer ungemein gefährlichen waffe diese roboter werden von den gleichen energiequellen angetrieben wie die ufos und verfügen über unfassbar zerstörungskraft das größte rätsel aber dürfte sein wie er sie überhaupt kontrolliert werden weitere details über die die hoche effektive herstellung ist methode mit dem die wir können jetzt die produktion beschleunigen ok baukauf für gegenstand einrichtung bauen heißt dass wir können jetzt hier das habe ich mir auch gar nicht gemacht irgendwelche einrichtung noch groß gebaut weil ich jetzt keine effizienz daran sehe ja sorry wirklich nicht maximal hier noch eine werkstatt wenn ihr mal eine werkstatt bauen kostet mir aber was im monat naja komm ich bin 10 statt 14 tage gehen wir in die gießerei was haben wir hier schwere waffenverplant vom verbesserter flug brauchen wir jetzt cyberdest verbesserter bau ach so das können wir dann erforschen oder zwei sektor polzfrag haben das brauchen wir echte legierung waffenfragmente die rum lief